Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mittwochmorgen, 27. Januar 2021. Ihr wisst, was es heißt. Mittwochmorgen ist natürlich immer die Zeit, in der Cassie Mendoza ihren Shop eröffnet und uns ihr atemberaubendes Equipment und ihr atemberaubendes Angebot zeigt. So, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, deswegen möchte ich diese Zeit auch nutzen, um die neuesten Kanalmitglieder hier live von den Fabel zu begrüßen. Da hätten wir als erstes mal Soraya Moli, dann Monte Cristo 1990 und Mara 2810. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen habt und willkommen bei Ü40 Zocken. Ganz kurzer Infoüberblick. Ihr könnt bei mir für 1,99 im Monat eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Es gibt keine höheren Kanalmitgliedschaftspakete, also keine solche Sachen wie 9,99 oder 29,99. Haben wir alles schon gesehen? Nein, bei mir kostet das Ganze ganz kleine 1,99 im Monat. Ihr bekommt im Gegenwert natürlich erstes mal, werdet ihr im nächsten Video dann erwähnt. Namentlich, so wie die drei Kandidaten hier gerade. Dann habt ihr natürlich das übliche Emotes und Icons, sowie werdet ihr im Chat farblich hervorgehoben. Das ist aber noch nicht alles. Nein, Kanalmitglieder bei Ü40 bekommen jeden Mittwochabend. Dazu muss ich sagen, das Ganze gilt ab nächsten Mittwoch, sprich ab dem 3. Februar. Denn ab 1. Februar greift ja bei mir ein neuer Sendeplan. Den findet ihr übrigens auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, sodass ihr Bescheid wisst, wie das Ganze auf Ü40 Zocken ab Februar läuft. Jetzt haben wir einen schönen langen Schachtelsatz gebildet. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass Kanalmitglieder ab Februar immer mittwochsabends einen Livestream exklusiv bekommen und freitags bekommen sie einen exklusiven Video-Upload. Themen von Kanalmitgliedschafts-Livestreams und Kanalmitgliedschafts-Video-Uploads werden durch euch, also die Kanalmitglieder, in einer Abstimmung vorher bestimmt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich zur Kanalmitgliedschaft alles gesagt. Wir sind schon vor Ort. Kessel Mendoza müsste in wenigen Minuten hier auftauchen. Wir haben ein Stück zurück, vielleicht blendet sich das Ganze dann ein. Nein. Ja, da ist sie dann gerade gespawnt, die gute Cassie. Dann schauen wir mal. Okay, los geht's. Mechanisches Tier. Schönes Sturmgewehr, habe ich allerdings schon. Schauen wir uns mal die Werte an. Wir haben einen Grundschaden von 50.800. Dann haben wir 11,6% Sturmgewehrschaden, 16% Lebensenergie-Schaden und 10,5% Magazin-Größe. Ja gut, Talent ist klar. Perfekt zukunftssicher. Waffenquills gewähren 19 Sekunden lang plus 1 Fertigkeiten-Rang. Das können wir bis zu 3x stapeln. Und bei Fertigkeiten-Rang 6 gibt es noch eine Überladung obendrauf. Mit einem Cooldown von 90 Sekunden. Aber wie gesagt, die meisten von uns dürften das mechanische Tier bereits ihr eigen nennen. Weiter geht's. Wir haben von Empress International den Batterierucksack. Empress ist gerade für Leute wie mich, die mehr so technisch spielen, mit Fertigkeiten ein sehr interessantes Set. Und da werde ich jetzt demnächst auch ein bisschen dran rumfallen. Wir haben nämlich zumindest bei einem Teil Empress 10% Fertigkeiten Lebensenergie, bei zwei Teilen 10% Fertigkeiten Schaden. Und bei drei Teilen 10% Fertigkeiten Effizienz. Und Fertigkeiten Effizienz wirkt sich eigentlich auf alles aus. Entschuldigung, also auf Fertigkeiten Lebensenergie und auch auf Fertigkeiten Schaden. So, hier haben wir noch dabei einen Fertigkeiten-Rang logischerweise. Dann 6,8% Fertigkeiten Schaden, 8,6% Kopfschussschaden und perfekt berechnet. Kills, die aus der Deckung heraus erzielt werden, verringern Fertigkeiten-Cooldowns um 15%. Ist eigentlich nicht schlecht. Man könnte hier den Fertigkeiten Schaden vielleicht auf Maximum rollen oder aber ihn lassen und dann hier irgendwie Fertigkeiten-Wirkzeit oder sowas drauf rollen. Für den Anfang wäre das kein schlechter Rucksack, wobei ich denke, dass wenn man zum Beispiel den Summit spielt, wenn man New York hat und dort Empress als Loot einstellt, kriegt man bessere Sachen raus. So, dann wie immer den Schild-Splitterer. Grundschaden 45.100, 12% Sturmgewehrschaden, 13.500 Lebensenergie-Schaden und 8% Schaden durch kritische Treffer und wie immer natürlich den perfekten Optimisten. Dann haben wir den Rucksack aus dem wahren Patrioten-Set mit 92.000 Rüstung, 18.000 Lebensenergie, auch nicht gerade hier der Bringer. Dann die Highball-Rüstung, Dilemma des Verhandlungsführers, die Weste, 11,4 Waffenschaden, 7% Waffenhandling. Spitze des Speers, die Handschuhe mit 13.1 Waffenschaden, 7.5 Kopfschuss. Hardwired, ja das gute alte Hardwired, macht mich immer noch nostalgisch. Die Schoner mit einem Fertigkeiten-Gang logischerweise und 7,6% Fertigkeiten-Schaden. Sind keine schlechten Schoner, da könnte man einfach den Fertigkeiten-Schaden auf Maximum rollen und dann hätte man hier die optimalen Hardwired-Schoner. Ja, Zaun des Jägers, den Holster namens Köcher des Jägers, 10.2 Waffenschaden, 8.8 Kopfschuss-Schaden. Und dann haben wir nochmal was Hardwired-mäßiges, nämlich die Maske Rhodeswood. Logischerweise auch wieder mit einem Fertigkeiten-Rang, 9% Statuseffekte, auch hier einfach auf Maximum rollen. Aber vielleicht eher dann auch auf Fertigkeiten-Schaden gehen. Dann eine MK-46 Militärvision. MK-46 ist kein schlechtes LMG. Wir haben hier aber einen relativ geringen Grundschaden von 56.400. Dann haben wir 12,7% LMG-Schaden, 9 Schaden gegen ungedeckte Ziele und 7,5 Chance auf kritische Treffer. Und als Talent Spike. Kopfschüsse gewähren 15 Sekunden lang plus 20% Fertigkeiten-Schaden. Das Spike habe ich gern gespielt, bevor BZW perfekt synchronisiert ins Spiel kam. Weil die plus 20 Fertigkeiten-Schaden für einen Kopfschuss 15 Sekunden lang war nicht zu verachten. Dann haben wir das Model 700 Scharfschützengewehr mit einem Grundschaden von 399.600. 10,5% Scharfschützengewehrschaden, 90% Kopfschussschaden und 10,8% Präzision. Und Ranger. Ranger ist natürlich ein perfektes Talent für ein Scharfschützengewehr, denn der Waffenschaden wird um 2% für alle 5 Meter, die sie von ihrem Ziel entfernt sind, erhöht. Na, da brauchen wir wohl nicht mehr viel zu sagen. Allerdings sind die Werte eher mittelmäßig. So, dann haben wir von Golan Gear die Weste. Golan Gear hat bei einem angelegten Teil 10% Statuseffekt als Attribut. Dann haben wir 127.310 Rüstung bzw. als Markenbonus. 9% Kopfschussschaden, 8,3 Fertigkeitsschaden und als Talent, das ist ein geiles Talent, allerdings ist es auf der Weste mehr oder weniger verschwendet. Kinetischer Impuls. Im Kampf erzeugt jede Fertigkeit einen Stapel, wenn sie aktiv oder nicht im Cooldown ist. Diese Stapel erhöhen hier den gesamten Fertigkeitsschaden um 1% und die gesamten Fertigkeitsreparatur um 2%. Kann pro Fertigkeit bis zu 15 mal gestapelt werden, geht beim Cooldown verloren. Das habe ich gern zwischendurch mal gespielt auf einer Hanna-Yu-Weste, in einem fast Hanna-Yu-lastigen Set. Und da hat es mit Geschütz und Stürmerdrohne sehr, sehr gute Dienste geleistet, der kinetische Impuls. Dann haben wir, wenn wir von Hanna-Yu sprechen oder vom Teufel, wie auch immer, gleich mal die Maske davon. Hanna-Yu 10% Fertigkeitentempo bei einem angelegten Teil, bei zwei Teilen 10% Fertigkeitsschaden noch drauf. Deswegen ist Hanna-Yu auch für Fertigkeitsspieler recht interessant oder Skillplayer, wie man so schön neudeutsch sagt. Wir haben hier einen Fertigkeitenrang, 8% Sprengsatzwiderstand, das ist hier natürlich Fehlernplatz, das müsste raus. Dann haben wir 7,4% Fertigkeitsschaden auch eher im unteren Bereich angesiedelt. Dann haben wir noch zwei Sachen a la Mod technisch. Einmal den Ausstattungsmod, Widerstandsfähigkeit mit 12% Schutz vor Elitegegnern, da sind wir wieder beim gleichen Thema wie letzte Woche. Schutz vor Elitegegnern ist totaler Quatsch, braucht kein Mensch. Dafür, dass wir so wenig Modplätze haben, sollte man das nicht mit sowas verschwenden, sondern eher mit irgendwas, was den Crit-Schaden erhöht oder je nachdem, wenn ihr Skillplayer seid, eben den Fertigkeitsschaden erhöht. So, dann haben wir noch was für den Drohnenstock, nämlich 4% Reichweite in der Kühlungslüftung. Und damit sind wir schon durch und auch diese Woche wieder das traurige Fazit. Nichts dabei, was ich wirklich als Must-Have bezeichnen würde. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Yes, you're welcome. Das sind wir schon gewohnt von der guten Cassie. Was soll's? Wir verzagen nicht, sondern spielen weiter. Das Wasser nehmen wir auch noch mit hier. Und das hier nehmen wir noch mit, genau, bevor ich mich von euch verabschiede. Da ist ja... Ach ja, das wurde ja alles jetzt um 9 Uhr resetet. Hatte ich nämlich vorhin schon alles eingesammelt. Aber es wurde wohl resetet. Jetzt schauen wir noch kurz, ob hinten die Munition auch neu ist. Denn... Das ist jetzt auch neu. Das ist tatsächlich der ganze Loot wieder neu. Die Munition nicht. Aha. Wieder was dazugelernt. Aber es ist natürlich wieder lila Loot dabei. Hier hinten gibt's noch Elektronik. Im Gärtchen. Damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Und mit dieser Garteneinstellung verabschiede ich mich auch. Intro wie Outro. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Einen meiner nächsten Livestreams. Wie gesagt, in der Videobeschreibung unten findet ihr den Link zu meinem Community-Beitrag, in dem ich den... Anführungszeichen Sendeplan ab Februar für Ü40-Zocken veröffentlicht habe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Restwoche. Bleibt gesund. Wir haben Bergfest. Bald ist wieder Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü40. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.